Ein Grund, warum Sie am 14. März bei der Kommunalwahl in Hessen Die Linke wählen sollten. In der Corona-Pandemie stellen wir den Menschen ins Zentrum unseres Handeln. Wir verbinden Finanzhilfen für Konzerne mit Jobgarantien für die Beschäftigten. Wir wollen die Existenz von Vereinen Kunst- und Kulturschaffenden fördern, damit die Vielfalt in den Städten und Gemeinden erhalten bleibt. Dafür bitten wir Sie am 14. März um Ihre Stimme. Nein, nichtầnen. Soll nicht! Destine Mitglied über name Panama çaầy Breaking Bad und Marine.